Hallo ihr Lieben, ich dachte, ich mache mal wieder ein Video über mein Kurssystem auf Liebeschip. Für diejenigen, die schon lange dabei sind, spult das Video vor, geht zum nächsten Video. Es richtet sich natürlich an die doch recht zahlreichen, offensichtlich neuen Menschen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich will auch gar nicht zu viel reden, nur dass man so ungefähr mal weiß, wo kann man denn loslegen, wenn man jetzt sagt, Mensch, wir jetzt mal Hemshis coole Kurse machen. Ich habe halt so ein Modulsystem und das geht erstmal los bei Modul 0 bis 5. Und das zeigt halt so einen typischen, wie ich immer sage, Liebeschip-Weg auf, den viele so gehen. Nicht alle, aber viele gehen den so. Und auch die typischen Themen, die vielleicht am Anfang auftreten und die vielleicht zu späteren Zeitpunkten auftreten. Und da haben wir halt beim Modul 0, der typische Einstieg ist eben das Liebeskummer-Modul, weil die meisten, ja, die googeln nicht erst nach Bindungsangst oder Selbstliebe-Challenge oder so, sondern die meisten sind zu mir gekommen, ja, sind irgendwie, ja, aus einer Beziehung rausgestolpert. Horror, Liebeskummer, ich weiß nicht was. Und, ja, kommen dann so auf meine Arbeit und wollen erstmal natürlich sehen, dass wir diesen Liebeskummer verarbeitet kriegen. Und dann kommen wir eigentlich schon zu meinem Hauptmodul, das meistgebuchte Modul 1, Umprogrammierung des Liebeschips, wo es darum geht. Okay, warum komme ich überhaupt in diese Horrorbeziehung? War es eine Horrorbeziehung? Manche steigen auch, deswegen habe ich bei 0 angefangen zu zählen, manche steigen auch bei Modul 1 ein, weil sie noch in einer Beziehung sind, wollen rauskriegen, ist es eine toxische Beziehung überhaupt? Das geht halt auch ganz gut mit diesem Modul und überhaupt eine Klarheit zu kriegen, welche manipulativen Verhaltensweisen gibt es da, wo kann man, wo geht der Weg, in welche Richtung geht der, was hat das mit Selbstliebe zu tun, was sind Strategien des Bindungsängstler, Verlustängstlers? Das wäre dann so der Einstieg. Und zusätzlich habe ich noch so ein Umsonstmodul für Leute, die einfach mal rein stuppern wollen mit einem Buchartikel, Tests. Das ist gleich ganz am Anfang von meinem Kurssystem, ja, so eine Abstufung von wo stehe ich gerade, Phasen-Dau-Programmierung des Liebeschips und so weiter. Ja, Modul 2 ist Vertiefungsübungen. Das sind Sachen, mit denen man sich monatelang beschäftigen kann, richtig starke Sachen, um sich dann auch nachhaltig rauszuhalten aus toxischen Beziehungen, beziehungsweise das ist noch mehr, zu verarbeiten, auch schon mal den Weg einzuschlagen Richtung nice, geiles Leben. Modul 3, Selbstliebe-Challenge. Ja, Selbstliebe ist einfach eins der Themen. Es ist ein bisschen anders aufgebaut als die anderen Kurse, weil das so ein Ablauf ist von 30 Tagen, die man durchläuft. Die anderen Module kann man so in einem eigenen Tempo machen. Und ja, dann sind wir schon bei Modul 4, weil irgendwann stellt man mal fest, sobald man nicht mehr toxische Menschen datet, dass man vielleicht selber auch ein paar bindungsängstliche Anteile hat. Deswegen haben wir hier Modul 4, Co-Abhängigkeit und Bindungsangst. Also das fokussiert auf diesen, weil es gibt verschiedene Bindungsängstler, auf diejenigen, die da auch ein Thema haben mit ihrer Co-Abhängigkeit und gleichzeitig Bindungsangst-Thema. Und ja, Modul 5 ist eigentlich so ein Kurzmodul. Das hat eigentlich keinen eigenen Preis. Kann man auch nicht alleine kaufen. Das gibt einfach so ein paar grundlegende Dating-Raschläge. Und das sind die sogenannten Hauptmodule. Und wie gesagt, das ist so ein typischer Weg, wenn natürlich direkt über Bindungsangst einsteigt. Der wird vielleicht, für den gibt es auch so Comic-Pakete mit Modul 1. Das empfehle ich eigentlich jeden Modul 1 und dann direkt Modul 4. Ja, klar, gibt es auch verschiedene Einstiege. Und manche wollen auch speziell an ihrem Dating-Sachen arbeiten oder finden dieses Konzept mit der Polarität beim Dating cool. Da habe ich extra Dating-Kurse für Männer und Frauen, umfangreiche. Und ja, und weil dieses Bindungsangst-Thema so groß ist, habe ich inzwischen jetzt drei verschiedene Bindungsangst-Kurse. Das ist einmal, den ich gerade erwähnt habe, Modul 4. Dann gibt es Modul 6, so für Hardcore-Bindungsängste. Da haben viele sehr von profitiert, weil das auch so auf die Schattenseiten oder eigene manipulative Anteile fokussiert. Und dann wird es noch, wird wahrscheinlich irgendwann mal Modul 9 werden, den Kurs zu passiver Bindungsangst, der gerade rauskommt. Genau, da haben wir jetzt schon Modul 6 und 9 thematisiert und 7 und 8 sind nochmal eine Vertiefung zum Liebeskummer-Thema. Das Modul 7 und Modul 8 ist nochmal eine Härte-Variante der Selbstliebe-Challenge. Und dann gibt es, will ich auch gar nicht alle nennen, kannst dir halt angucken, eine Menge Zusatzkurs. Es gibt eine Wohlfühl-Challenge, es gibt Manifestations-Challenge, es gibt was im Kurs, den ich auch persönlich sehr cool finde, nicht jenseits von Ego-Angst und Narzissmus und so weiter. Es sind auch nicht immer alle verfügbar, könnt ihr euch mal angucken. Es gibt einen Ex-Detox-Kurs. Und dann gibt es noch so ein Modul X, nenne ich das. Das ist so eine Art Abschlusskurs, so ein bisschen letzter Schliff, sage ich mal. Fokussiert auch auf Schattenseiten, die man sich vielleicht nicht genügend angeguckt hat und dass man das dann immer noch anzieht in anderen Menschen. Und dann gibt es eben noch so die Schnittstelle zwischen Psychologie und Spiritualität. Da habe ich den wirklich sehr beliebten Kurs Spiritualität und alles geiles Leben. Und ja, Manifestations-Challenge geht ja auch in die Richtung. Und einen habe ich noch vergessen, glaube ich. Da komme ich gerade nicht drauf. Keine Ahnung. Aber auch, ja, sehr cool. Und habt wahrscheinlich sowieso noch irgendwelche. Aber dass ihr mal so eine grundsätzliche Idee habt, welche Wege durchläuft man da so, wird es auch gar nicht die ganz große Schleife hier ziehen. Es geht einfach darum, zu erkennen, dass du die Arbeit nur in dir selber machen kannst und nicht im Außen erwarten kannst, ohne dass du die Arbeit dann selber gemacht hast, dir alles präsentiert wird, was sich alles von selber ändert und überhaupt im Außen Sachen zu ändern, super mühsam sind. Deswegen ist bei mir halt viel der Fokus auf einen selbst. Rausgehen aus, auch zu erkennen, dass man sowohl Täter als auch Opfer ist. Rausgehen aus dieser ganzen Täter-Opfer-Dynamik. Aber guckt auf jeden Fall auch mal in mein neues Buch rein, wenn es dann rauskommt, am 11. April Neue Dimension der Liebe. Weil da werde ich diesen Liebeschiffweg auch nochmal auf eine ganz allgemeinere Art definieren. Das ist meiner Ansicht nach super spannend. Viele Aha-Momente, hoffe ich zumindest. Und genau, könnt ihr auch schon vorbestellen. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao. Ciao. Ciao.